Wer geometrische Funktionen in Excel verwendet, muss auch umrechnen können von Gradmaß auf Bogenmaß oder Bogenmaß auf Gradmaß. Und das liegt daran, da Excel standardmäßig mit dem Bogenmaß rechnet. Also wenn wir hier zum Beispiel einen Winkel von 45 Grad aufspannen und unser Vollkreis halt 360 Grad hat, na dann würden wir von einem Winkel von 45 Grad sprechen. Die Amerikaner sagen aber, Moment mal, das ist doch hier ein Achtelkreis. Und wenn der Vollumfang 2 mal Pi mal R, R ist 1, wenn der also hier entsprechend nur ein Achtel hat, ein Achtel von dem Kreis, dann ist das doch ein Viertel Pi. Und diesen Wert, den kann ich ausrechnen. Ich kann A vom Gradmaß in den Akkus von diesem Gradmaß wechseln. Und zwar zum einen mit der Formel hier, zum anderen aber auch einfach mit der Funktion Bogenmaß. Die Funktion Bogenmaß schnappt sich einen Winkel und wandelt den in den Radwert, in den Bogenmaßwert um. Andersherum wandelt die Funktion Grad, einen Radwert, einen Bogenmaßwert wieder in unsere geläufigen Gradzahlen um. Und von daher kann man bei den Winkeln von 0 bis 360 Grad natürlich dann entsprechend hier die entsprechenden Werte bestimmen. Das heißt, der Vollkreis 360 Grad, das entspricht 2 Pi. So, ich habe das Ganze so aufgebaut, dass man sich das auch auf der linken Seite anschauen kann. Zum einen der 90 Grad Winkel, das ist ja ein Viertel von dem Kreis. Wenn der Kreis also 2 Pi Umfang hat, dann ist ein halbes Pi, hier 18, 36 in dem Fall, ist entsprechend einem Bogenmaßwert von einem halben Pi. Das gibt einen y-Wert, einen Sinuswert hier von 1, den sehen wir hier oben, den Wertpunkt 1, und einen Kosinuswert, also einen x-Wert hier von diesem Bogenmaßwert von 0. Die ganzen Funktionen Sinus und Kosinus, die funktionieren halt mit dem Bogenmaßwert und möchte ich einen Wert wie hier, so einen Gradwert, so einen Gradwert verwenden, muss ich halt erst den Wert in Bogenmaß umwandeln und dafür ist die Funktion Bogenmaß gedacht. Also, man muss wissen, welche Ausgangseinheit hat man, hat man Bogenmaß oder Grad, dementsprechend nimmt man eine dieser beiden Funktionen, um eventuell zu wandeln. Meist ist es so, dass ich meine Gradzahl in Bogenmaß umrechnen muss, um dann mit den ganzen Funktionen Sinus, Kosinus und so weiter arbeiten zu können. Die Datei steht zum Download zur Verfügung, das heißt, wer sich das mal hier angucken möchte, wie ich den Kreis gezeichnet habe und so weiter, der kann die Datei auf theosblog.com aus dem März 2019 herunterladen und ein kleiner Tipp, um die Umrechnung hier zu machen, man kann natürlich den Taschenrechner ziehen, aber wir haben hier bei Google zum Beispiel auch die Möglichkeit, ich gehe mal auf Flächenwinkel, von Grad auf Bogenmaß, hier auf den Radianten umzurechnen, das heißt, so einen Wert von 180 Grad, entspricht hier, Pi, entspricht dem halben Kreis, dem halben, ja, Bogen hier eines Kreises, kann man sich dann einfach nochmal mit den Suchbegriffen Grad und Bogenmaß in Google zum Beispiel anschauen. Wenn es euch gefallen hat, weitergebracht hat, freue ich mich natürlich über einen entsprechenden Kommentar, über den Daumen nach oben und unten rechts schaut mal, da ist eine kleine Glocke, wer da drauf klickt, wird auch über neue Videos informiert.